Es ist ein Ross entsprungen aus einer Wurzel zar, wie uns die Alten sungen, aus Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter wohl zu der halben Nacht. Das Blümlein, das ich meine, davon Jesajas sagt, hat uns gebracht alleine, Marie, die reine Macht, aus Gottes ewigem Rat. Hat sie ein Kind geboren, wohl zu der halben Nacht.